ich wusste mal ich muss unbedingt gucken ob wir uns wo wir uns ein ding kaufen kann ob er sich nen ding kaufen kann weiß ich meine einen ja achschlüssel guck mal kurz okay leute wir haben 33 bretter um die 100 kanonenkugeln 100 kanonenkugeln essen haben wir auch so fast 30 stück und würde ich sagen also ist eigentlich ganz gut ja weiter drehen weiter drehen ja gut dann geht das ich weiß ich glaube ich bin sicher ob die notizen ob sie jeder sieht ich bin ich bin irgendwie lust auf discord kennen wir nicht aus nee da müsst ihr ein es hier wächter besiegen schreibt klassiker leute weiß jemand was er damit meint ich nicht was hat er gesagt nee da müsst ihr ein eschke wächter besiegen ach so ja das ist so ein piratenkönig ist der wild naja da müssen wir es auch finden ein wild ist ja nicht okay gut ja ja sie die das so hat schon wieder irgendwelche krankheiten mieders hallo mieders die mammose siegt dann bist du nicht so alleine das sagt der richtige hat die trommel digga ich bin loser was ist das für ein lied warte warte krachen was ich gehe an die kanon an die kanonkugeln leute kampf rein machen tschuldigung ich kann gar nicht den chat nicht lesen leute einfach geradeaus weiter fahren einfach geradeaus weiter fahren wir haben lags leute wir haben lags fahrt weiter fahrt weiter fahrt weiter fahrt weiter leute guck mal durch um die lags geht nicht was ich kämpfe gerade fahrt tschuldigung dass ich gar nicht auf dem chat dass ich gar nicht in den chat gucken kann leute einfach fahrt weiter ich wurde entfressen ich wurde entfressen fahrt weiter warte ich gucke in die maschinen ich gucke äh nicht in den maschinenraum seht ihr mich? nein seht ihr mich? ok was ist das raus? es geht nicht ah man er hat sich wieder ausgespuckt nein 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 das kann jetzt nicht bleiben Leute warum leute runter 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 wir haben einen guten Wassereindruck mal rein ah das Wasser ist wieder was weg ok er hat nen Hitsch er ist auf unser Tüpp er ist auf unser Tüpp wa mit dem Pferd dran mit dem Pferd dran nein er hat mich er hat mich er hat mich gebissen er hat mich gebissen Jungs juckt mich nicht irgendwer muss kurz unter dem Wasser irgendwer muss kurz unter dem Deck ich kann nicht ich bin ich bin ich bin nicht an Bord ich bin auf dem Weg ich bin im Wasser ich kämpfe im Wasser Leute wir haben einen richtig guten Wassereindruck oben ich kann nicht wehren Leute ich komme zurück an Deck ich komme zum Versuch zurück an Deck zu kommen ich sterbe ich weiß nicht wo es da rum geht nein ich bin wieder unter Wasser Leute ertränk mich was mach ich was mach ich wenn ich im Kragen bin ertränk mich ich kann nämlich nicht wehren nein du kannst nicht wehren doch Mann ich schieß auf den Kragen ich kann nicht ich hab dazu nicht die passende Wache da musst du Schwert machen da musst du Schwert machen ich kann mich nicht bewegen hier drin okay ich bin down oh Leute das riecht down und drum was hier abgeht ne nein scheiße warum zur Hölle jetzt warum jetzt oh Leute Wassereinbruch ist richtig stabil ne okay ich bin frei ich bin frei ich komme direkt zum Kragen Leute irgendwer muss Löcher ficken ich schlag auf ihn rauf ich komm sofort an Deck ich komm an Deck irgendwer muss flicken ich gehe okay da ist Tommy da ich bin recht tot ich bin recht tot Digga Alter das wird absolut hin und her geschaukelt Digga Alter Leute der kratzt auf uns drauf der kratzt auf uns drauf guckt mal ich bin ich bin unter Deck ich bin unter Wasser ich sterbe ich bin tot ich bin tot ich kann nicht kommen ich kann nicht kommen ich bin ich ich ey Leute ich bin grad versucht ich hab so an die Leid zu gehen und der kratzt auf das Boot hoch oben und mich unterm Boot begraben Alter also scheiße ich find's doch grad ein bisschen beschissen vor allem weil wir grad vorgemacht haben egal wir müssen scheiße stimmen wir sind absolut voll wir dürfen wir dürfen auf gar keinen Fall sinken er kassiert doch immer recht heftig von mir Leute er kassiert doch immer recht heftig wie 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 ist der Wassereinbruch habt ihr noch eine Kontrolle da unten ich hab den Trakt mit der Apune sehr schön ich komm wieder da ich komm wieder wir dürfen nicht sinken wir haben zu viel in der Kajüte wie ist der wie ist der Wassereinbruch Leute stabil ich komm runter ich geh direkt runter Leute wir haben richtig muh nur noch ne okay wir haben wir haben starken Wassereinbruch ich hab keine Munition ich muss kurz neu holen oh Leute unser komplettes mittleres Deck ist komplett voll drauf wenn das Wasser ins mittlere Deck kommt sind wir tot äh dann bin ich mir darüber bin ich mir im Klan ah Gott Gott bin ich dort weggeflogen okay wie sieht's im unteren aus Leute ich sterbe sterbe das ist nicht gut ne alles gut ich komm durch die Schuhe okay zieht scheinbar durch das Schiff ist sicher ich schwimm mal ein Schiff so schwimmst du das Schiff ich bin gleich da bin da oben sehr schön sehr schön sehr schön wer bin hier muss ich Jungs das können wir's grad echt nicht leisten okay ich glaub wir sind in Sicherheit grüßt halt okay wir müssten in Sicherheit sein andere Seite Leute andere Seite hier noch er greift an er greift an er ist direkt da Leute er ist direkt da ja ich seh hab ich getroffen was ich wurde nein ich werd gesaugt ich werd gesaugt Leute er legt auf unser Fiff er legt auf unser Fiff das trinkt nicht das trinkt nicht das macht kein Schader nicht ich steh Leute ich ich krieg ich reine mit der Kanone hinten ich bin er ist direkt an der Kanone aber ich weiß nicht ob ihm das Schaden macht ich glaub es macht keinen Schaden nein nein wir brauchen die Munde wie die Leute hier rumgreifen er greift er greift wieder welche an ich hab jetzt schon wieder keine Munde mehr Wasser einbruch Leute Wasser einbruch Wasser einbruch warte ich komm ich komm ich hab keine Munition oh Gott Alter wir wär ich glaub ich glaub das ist die Todesfahrt wir schaffen das doch nicht wir schaffen das Leute wir schaffen das wenn die Glas Glänze ist der Wasser dann muss ich hin wir können das machen wenn der Kraken weckelt es ist ein Schädel Leute es ist ein Schädel oh 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 stopp und ich treffe nicht das nennt man kein Team aber wir nehmen die Türkei jetzt im Wasser ey geil wieder an das droppt er wenn wir den Schaden machen droppt er Sachen na scheiße kein Hitze überloot im Wasser guckt mal da können wir uns grad nicht kümmern Malte wir haben grad andere Probleme aber das ist aber das ist gut das ist sehr gut ok äh Wassereinbruch ist stabil ich hab ihn ins Maul geschossen ich hab ihn ins Maul geschossen wir haben stabilen Wassereinbruch Leute ich geh den Loot holen ich bin zu gierig dafür Alter wenn wir jetzt sinken ich glaub er zieht durch er ist abgezogen nee noch nicht noch nicht wir sind gleich geankert ne ja wir sind geankert solange das Meer noch schwarz ist ist er nicht weg aber Leute wir sollten sowieso ankern auch wenn er durch geht also natürlich dann er hat sich auf das Schiff gelegt ich schlag drauf ich hol das Zeug aus dem Wasser weil ich gierig bin oh Leute ich hab vergiftet ich hab mich auch vergiftet Scheiße oh Gott gerade ich guck nach dem Wasser im Fall Alter ich seh nichts Alter ich bin eingesucht ich bin eingesucht und bin eingesucht Leute extremer Wasser im Fall ich komme halt unteres Deck fast voll los los schnell 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 hol das raus Deck hol das raus Deck unteres Deck ist gleich voll ich krieg keine Luft mehr Leg ist Leg 1 zu ich seh nichts mehr ich seh nichts mehr wir haben fast wir haben Leute wir haben fast Wasser im zweiten der zweiten Etage das können wir nicht machen Alter wir müssen Wasser rausholen komm ja ich schüpp schon ich schüpp schon ich krieg die Löcher der zweiten Etage Leute Leute er hat mich losgelassen er hat mich losgelassen das ist korrekt er ist wieder am Deck wir sinken fast danke Paul danke Paul Leute da holt es noch ein Deck das müssen wir flicken sofort ich bin dran ich kann doch nicht er hat mich er hat mich er hat mich er hat mich ich bin unter ich bin unter Wasser ich seh aber nichts ich bin unter Wasser ist ich kann mich nicht bewegen scheiße jetzt kann ich mal ein Chat nehmen ja Leute warte